Meins! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von We Were Here Together mit Gossi. Hallo! Ich habe tatsächlich das Aufnehmen verlernt. So, ich muss immer so lachen wegen diesem Auslöser-Screenshot. Hier liegt eine Pistole. Das ist das Signal, Gossi. Wo bist du? Ich bin in die Höhle gegangen. Achso. War das hier eine Knarre? Ja, das Signal. Hier waren sie. Warum haben die nicht gewartet, die Dummköpfe? Ey, ist ja schon wieder peinlich hier. Peinlich hoch 10. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein Kaffee? Ach, das mache ich nicht. Ach doch, das mache ich. Das machst du. Nee, du. Nein, 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 nee, nee, nee. Okay. Oder willst du das machen? Nee, das ist was nicht möglich. Das hier draußen. Muss man jetzt irgendwas bedrücken? Ein Hebel. Zack. Warum ist das Spiel so laut geworden? Ja. Ich bin bereit. Los geht's. Ja. Also. Ähm. Als erstes ist ja dieser Stern da. Ja. Und der ist bei der Sonne. Ja. Ja. Jetzt ist der Mond. Ja. Wie war das noch? Ach, äh, ja, der Mond. Aha. Genau. Jetzt ist der Saturn. Hat er einen Ring? Der Planet mit dem Ring, ja. Ja. die darfst du nicht, äh, die darfst du nicht, äh, töten. Okay. Aber auch nicht den Saturn, ne? Weil die Verbind- Verbindung. Echt? Ich glaub, sonst fällt das runter, oder nicht? Scheiße. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber das geht doch. Das geht ja noch mal nicht. Oh, ich bin runtergefahren. Ich bin auf das Falsche draufgegangen. Ich bin dumm. Okay. Okay. Warte, die Sonne, gut. Äh, Mond. Saturn. Ähm. Ach so, die sind schon. Ja, entweder jetzt das schwarze Loch. Hast du schon gemacht? Ja. Das ist da automatisch. Ähm. Jetzt kommt aber nicht das nächste. Hast du's schon geschafft? Ich bin jetzt auf dem schwarzen Loch drauf. Aber da kommt kein neues. Oder vielleicht musst du auch noch, äh, die Sterne, da die Sternschnuppe. Noch? Sternschnuppe machen. Ja, wenn ich den Saturn wegbewege, soll ich mal versuchen? Der hab ich dann, ja. So? Ja. Äh, jetzt sind da so zwei Bälle. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Du stehst jetzt auf dem Kometen. Ja. Ich muss ein bisschen tricksen. Ein bisschen tricksen. Ding, Chang, Chong. Boah, das sieht so krass aus, diese Hütte. Boah. So. Genau. Ähm, jetzt noch mal so ein Mond. Aber ein anderer als gerade. Wie ein Mond, ein anderer? Ja, so, weiß ich nicht, wie ich das erkläre. Genau, das da. Der sieht zwar genau so aus, aber ist okay. Hä, ist das nicht ein anderer? Äh, jetzt die Sonne. Ach du Scheiße. Ach nee, das sollte ja gehen. Nee, mit dem Mond, ne? Also der Kreis und da drum sind ganz viele Kreise. Mit dem Mond, ja. Ja, ja. Ja, scheiße. Ähm. Äh. Äh. Was passiert, wenn ich so mache? Oh, ich bin gestorben! Ja, okay. Aber das... Hä? Das ist komisch. Mond. Ach, das sieht wirklich genau so aus. Äh. Planiert mit Ring. Genau. Schwarzes Loch. Ach nee, warte, das war das falsche. Die falsche Seite. Ähm. Sternschnuppe. Genau. Ähm. Zwei Bälle. Ich glaube an dich, Lisa. Du kriegst das hin. Genau. Der Mond. Ich glaube, jetzt habe ich mich nicht verzwickt. Die Sonne. Ja. Ach nee, doch. Scheiße. Da soll ich eins zurückgehen? Ja. Ja. Kannst du das? Ja. Bin ich jetzt. Kannst du noch eins zurück? Ja. Was soll nochmal? Die Sonne mit dem, äh... Die Sonne mit dem Mond. Du stehst jetzt auf dem Komet? Ja. Okay. Bleib da stehen. Äh. So? Ich weiß nicht. Du musst erst mal nach dem Kometen die zwei Bälle machen. Ah. Ich verstehe. Und dann kommt der Mond und dann kommt die Sonne. Ach du Scheiße. Okay, warte. Ich muss die Sonne irgendwie woanders platzieren. Noch eins zurück? Ich weiß noch nicht. Nee, warte mal eben. Ich glaube, ich kann das so rummachen. So. So. So, du sagst jetzt... Erst kommt der Mond und dann die zwei Bälle? Nee, zwei Bälle und dann der Mond. Okay. Aber dann habe ich das wieder so krisch. Soll ich noch eins zurückgehen, oder? Ja, geh mal noch eins zurück. Zu den drei Sternen, ne? Ja. Ja, bin ich. Nee, weiß ich nicht. Sollen wir das mal andersrum machen? Was denn? Dass du hier hingehst? Okay. Ich glaube, du bist da schlauer. Sterb mal. Sterb mal. Ich glaube ehrlich, dass du da... Salve. ...wohisch auf Denken besser bist. Was ist denn überhaupt für ein Hebel hier? Ach so. Ja, der ist ja schon. Also. Ich habe den Hebel gedrückt. Ja. Okay. Ach du Schande. Hä? Was ist denn jetzt? Der war ja noch gar nicht eingeklebt. Nein, da musst du ja immer warten, bis ich das dann gemacht habe. Ach so. Sonne. Mond. Jetzt brauchst du den Mond. Ja. Ich dachte, du warst der, dass du das dann... Ja? Ja. Saturn. Stern ist ja schon gemacht. Entweder jetzt den Kometen oder... ...den... ...ääh... ...diese schwarze Loch. Schwarzes Loch, das geht ja nicht. Warte. Äh, Komete meinst du? Ja, die mit dem Stern da drin. Okay. Jetzt kommen ja die Bälle, ne? Jetzt kommen die Bälle. Warte. Das geht auch noch, aber dann die Sonne. Ah, warte. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Warte. Sag, wenn ich zurück muss oder so, ne? Ja, ja. Ich stehe jetzt auf dem Komet. Warte. Ja, geh mal einen zurück. Warte. Ja, bei den Sternen. Bist du bei den drei Sternen? Ja. Okay, ähm... Ich kriege eh was. Warte. So. Ja, man muss das da umswitchen, alles, ne? Hm. So, dann so. Dann so. Dann so. Dann so. Und dann sterben wir. Dann, nein. Und das kommt einfach nach Ostfriesland. So, jetzt brauchst du den Kometen, ne? Ja. Nee, stopp, stopp, stopp. Stopp, okay? Okay. Ja, okay. Ich glaube, so. Und so. Dann einmal so. Und jetzt so. Ähm. Darf ich? Nee. Warte. Ich hab das Gefühl, wir stellen uns jetzt dümmer an, als du hättest. Äh, warte, 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 warte. Das passiert ja aber nicht. Das passiert ja nix. Warte. Ähm. Ich glaube, dann so. Den. Müsste die tauschen. Ist ja jetzt scheiße. Ja. Ähm. So. Du bist nicht auf dem Kometen drauf, ne? Nein. Gut. So, wieder ausgerastet, ne? Ja. Okay. Ausgerastet. Einmal da hin. Den. Dahin. Dann so. Dann so. Dann so. Dann so. Dann so. Dann so. Dann den. Ah, mh, mh, mh. Den so. Dann den hier so. Dann den hier so. Dann den hier so. an den hier so, 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 an den hier so. So, was ist vor dir jetzt? Komet. Darf ich da drauf? Ja. Zwei Planeten. Eingerastet? Ja. Okay. Ich geh drauf, ne? Ja. Und jetzt kommt der Mond. Ja. Okay, ich bin drauf. Jetzt kommt die Sonne. Eingerastet, ne? Ja. 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 Läuft doch. Jetzt kann ich, glaube ich, irgendwo ein Hebel. Und jetzt muss, genau. Ach, ging doch eigentlich, ne? Mhm. So. Ach, da ist da der ganze Weg, wie schön. Alles eingerastet, ist das nicht schön, Lisbeth? Ganz toll, wie du da unten herläufst. Wo bist du denn? Hier oben auf dem Turm. Ich kann dir aber nicht wingen. Ach so. Weil, guck mal, wenn ich springe, vielleicht... Da hinten bist du. Ja, wo muss ich jetzt hin? Weiß ich nicht. Ich geh mal durch die Tür. Oh nein. Ist ja alles ja zugesperrt. Du musst bestimmt durch die große Tür. Ah, okay. Jo. Bin ich. Haben wir jetzt dann die anderen Wege? Hm? Haben wir jetzt die anderen Wege als damals beim Stream? Dass wir jetzt, äh... Jeweils die anderen Rätsel haben? Ne. Ich hab jetzt einen schwarzen Bildschirm. Ja, ich muss kurz warten. Das hatten wir doch schon mal. Ach, das war das. Mit diesen Zahlen und... A4, D2 und den Zeichen. Aber das ging ja, wenn man es raus... Ja, nur ich seh noch nix bei mir. Cause the Bildschirm is black. Und so. Na? Hm. Hm. Ich hör was. Ah. Jo. Ne gruselige Lache war auf jeden Fall da. Hm. So, ja. Ja, Gossi. Und jetzt? Ich hab ne Tafel. Und da steht A bis G und 1 bis 5. Und diese Symbole, Feuer, Wasser, Blitz. Hm. So. Und dann diese Zahlen. Ich hab ja A4 und dann steht da 9. D2, 1. E1, 8. Ja. Was hast du nochmal? Auf dem Boden sind Bücher, wo Zahlen draufstehen. Und zum Beispiel von Buch 4 geht ein Pfeil zu Buch 6 oder so. Und dann ist hier noch so ne Tafel, womit ich so paar Teile so Lichtblitze machen kann. Ja, ich musste ja, glaub ich, erstmal die Dinger legen. Auf A3. Ja, wir müssen ja nur die richtigen auch dann. Ach, das war doch so. A3? Ja, ja, ich mach aber erstmal. Ach, ach, ach. Oh, nee, oh, nee. E2. Ach, genau. Erstmal die. B4. B4. B4 ist schon. C3. Ähm, B3. Ähm, A4. D2. Wie das aussieht, ey. B1. Und E5. Ja. Okay, die Dinger liegen. So, bei mir steht jetzt bei A3 eine 2. Bei A3 eine 2. Da muss man die Verbindungen ja machen. Und das sagt mir jetzt was mit den Büchern. Da steht ja A3. Ach so. Eine 2. Das heißt, 2 geht zu? Buch 2. Ähm. Geht zu? Quatsche. Buch 2 geht nirgendwo hin. Buch 3 geht zu Buch 2, aber mehr nicht. Okay, warte. Buch 3. B1. B1 geht zu... Was hast du? Buch 2? Ja. B1 zu... A... Wie kann man die nochmal legen? Die Verbindungen? Hä? Wie kann man denn nochmal die Verbindungen... Das hier? Oder was? Ja. Das muss ich ja machen. Ah. Dann kann ich dir das ja sagen, ne? Oh, guck mal. Das ist schon richtig. Ja. Ist ja lustig. Was brauchst du denn für Ziffern, damit ich dir das sagen kann? Die Zahl oder die A3? Ach so, ja. Was von A irgendwas mit der Zahl zu einem anderen geht. Also, du hast ja gesagt, dass 2 zu 1... Ne. Was hast du gesagt? 3 geht zu 2. Also B1. Ah, so war das. B1. Geht zu A3. Aber ist ja nicht blau, der Weg jetzt. Ja, weil die Dinger noch nicht stimmen. Ach so. Die Symbole. Ja. Da kann ich jetzt gucken. Warte. Ähm... B... Warte. B3. Äh... Ne. B1. Geht zu... Blitz wird zu... Stimmt so... Blatt oder so. Oder so Wasser. Blitz in Wasser. Kann man ja eigentlich durchtesten. Ja. Warte. Ich muss dafür den Weg... Was machst du? Entschuldigung. Blatt ist nicht richtig. Auch nicht. Das waren ja immer 2. Ja, Wasser ist richtig. Warte. Mal gucken, ob man das... 1, 2, 3... Warte mal. Ich muss mal immer die Logik verstehen. B1. Geht zu... B3. A3. A3. A3 hat 2. Vom Blitz aus... Ach so. Ein weiter. Ja, ja. Ich bin... Okay. Ja, ja. Okay. Äh, wieder eine Zahl, ne? Ähm... Ähm... Also, das hatten wir gerade durch Zufall bekommen. Ach so. Ähm... Ein anderes Buch ist... Buch... Ja, was ist das? Buch 9 zu Buch 7. A4. Geht zu E2. A4. A4 geht doch gar nicht. A4 ist doch schon irgendwo. Du hast 9 gesagt. Ja. Ja, und dann 6 zu 7. B4 zu E2. B4 zu... E2... Ja, ist richtig. Sogar die richtigen Dinger schon. Perfekt. Ja, ach so. Du brauchst ja wieder eine Zahl. Ja. Ähm... 10 geht zu... 8. B3 geht zu... E1. Aber falsche Farbe. So, B3 ist... Blitz. Blitz geht zu... Moment. Nee. Blatt geht zu... Moment. Blatt geht zu... Blatt geht zu... Blitz. Aber ist ja... Dann musst du hier ein Wasserzeichen hin. Was falsch? Dann musst du halt ein Blatt hin. Dann musst du halt Feuer hin. Muss unten dann nicht... Äh, ups. Muss unten dann... Da kann ich nicht ändern. Ah! Yo! Und das letzte ist dann ja das hier. Muss nur die richtigen Symbole. Warte. Yo! La la la! Da sind wir jetzt mal durchgerast, ne? Und die Folge ist auch schon vorbei, Lisbeth. Was sagst du denn dazu? Finde ich super. Zwei Sachen geschafft. Ja, hör mal. Geht doch. Klar. Gut. Setz an. Dann... Bis zu einer neuen Folge von... We were here together. Tschüss! Tschüss! Tschüss!